Wie funktioniert die CS3? Das und mehr in der neuen Staffel Märklin Zentralstation. Viel Spaß mit dem ersten Teil. Zu allererst müssen wir das letzte Teil in den Einstellungen auswählen. Dazu ziehen wir die Artikelliste nach unten und gehen auf System. Nun auf CS3 bzw. GFP3 und in die Einstellungen und nun können wir hier unter Schaltnetzteil unser gewünschtes Schaltnetzteil auswählen. Bei H0 ist es das 60061 und für Spur 1 das 60101. Also in meinem Fall 60061. Als nächstes müssen wir dann noch die Buslänge, also für die Rückmeldung auswählen. Bei mir sind es ca. 4 Meter. Und sehen dann hier noch die Temperaturüberwachung und Stromhauptung Programmiergleich. Ich habe jetzt ganz angeschlossen. So, dann gehen wir zu CS3. Wir sehen hier einen grünen Haken. Wenn der rot ist, dann wird hier oben auch ein roter Haken angezeigt. Und bei System, also hier, hier wird ein roter Haken angezeigt. Das ist eine 1, wie wir bei der Suche haben. Wenn wir jetzt ein Wort eingeben, ist hier eine 1. Das gleiche passiert dann, wenn wir ein Update haben. Das ist jetzt bei GFP3 oder CS3. Kann man draufdrücken. Dann hat man hier runterfahren, sichern, wiederherstellen, Neustarten, App-Neustarten. Bei Wiederherstellen, wenn ich es richtig weiß, kann man auch alte Daten von der CS2 aufladen. Das übernimmt er. Dann kann man die Bildschirmhelligkeit der Stationen machen. Das machen wir oft ganz dunkel oder nehmen wir mal wieder so. Dann die Audio-Wiedergabequelle. Der hat einen eingespauten Lautsprecher. Oder halt, wir nehmen noch externen Lautsprecher. Ich habe jetzt beides ausgewählt. So, dann haben wir hier im Untergleis. Alle Logs sollen automatisch anfahren. Dann haben wir hier die IP-Adresse. Um das über den PC laufen zu lassen, sehen wir dann ein extra Video. Dann haben wir die Master-IP, die ist jetzt auch unwichtig. Das ist das Zweitgerät, könnte man auswählen. Dann wird das als sozusagen Slave ausgewählt. Dann hinter das ist unwichtig. Hier sehen wir die Info. Zieladresse. Das ist jetzt unwichtig, weil der ist eh nicht angeschlossen. Dann gehen wir auf USB und Speicher. Da haben wir dann zwei USB-Slots. Der eine heißt bei mir jetzt Backup. Und da ist eigentlich ein USB-Sticker, aber der ist jetzt ab. Dann haben wir die MS-2. Da haben wir die Launch angeschlossen. Da kann man dann auswählen, welche Logs angezeigt werden sollen. Genau das gleiche hier bei der Mobile Station 1. Da kann man die Logs auf Plus hinzufügen. Aber man muss aufpassen, man kann nicht so viele Logs. Also man kann 11 Logs anschließen. Dann unter Netzwerk können wir halt auf die einzelnen Dinge klöten. Sehen, was angeschlossen ist. Ja, im Netzwerk angeschlossen ist. So, dazu erst mal das. Hier im rechten Bereich sehen wir noch die Assistenten. Der wurde seit einem, seit einem, einer letzten Update kamen dann nochmal die ganzen Seiten dazu. Finde ich jetzt nicht so übersichtlich, aber das ist was anderes. Ähm, ja. Das war es mit dem heutigen Video, mit dem ersten Teil. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Kommentar, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.